Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, ist das größte Abenteuer der Galaxis und quillt über vor wagemutigen Helden, heimtückischen Bösewichten, Droiden, Legosteinen und Herz. Schnell dich an und liefere dir epische Luftkämpfe quer durch die ganze Galaxis. Weiche den Teiljägern in den verfallenen Ruinen von Jakku aus. Rette deine Freunde auf Takodana und bekämpfe die gewaltigen Sternenzerstörer. Blasterschlachten versetzen dich mitten hinein ins Geschehen. Weiche dem gegnerischen Feuer im richtigen Moment aus und schlage zurück. Die Multi-Builds ermöglichen einzigartige Rätsellösungen und Aktionen zum Bekämpfen der Gegner. Baust du einen unterirdischen Spinnendroiden? Oder entscheidest du dich für eine völlig andere Strategie? Die zahlreichen Möglichkeiten eröffnen kreative Wege, um dich aus Schwierigkeiten zu befreien. Brandneue Abenteuer erweitern die Geschichte von Das Erwachen der Macht. Sei dabei, wenn Han und Chewie die Rataren fangen. Erlebe weitere Abenteuer von Poe Dameron. Erforsche die Anfänge von Lor San Tekka und vieles mehr. Nichts bringt dich näher an die größten Abenteuer der Galaxis als Lego Star Wars – Das Erwachen der Macht. Lego Star Wars – Das Erwachen der Macht. Das Videospiel. Ab 28. Juni erhältlich. Ab 28. Juni hop스�en soll von der Macht officielle an dropped ein paar Konkur beten. Eine Art Sem�klon. Your dann geht im Deutschen Backofen. San Facebook ambiente bei Jungen in Deutschland. 清